Heute war es nicht ganz so schnell wie gestern, man konnte ein bisschen lockerer angehen, schön flohig mit ein paar Wellen bergab, mit einem geilen Trail am Schluss runter nach Tottenau und dann musste man die Kräfte schön einteilen, weil da war ein langer Berg vor einem, bis er wieder oben im Notschrei war. Endlich längere Anstige! Ich habe das schon seit ein paar Jahren geschaut, aber ich mag die Unterhäder, ich mag die Speed, natürlich, ich mag wirklich nach unten gehen, ich liebte nach unten gehen! Ich habe schon arg kämpfen müssen und ich habe so Krämpfe gekriegt, aber ich dachte einfach, scheiße, ich muss hier dran bleiben und ja, ich denke, es hat sich gelohnt. Ich finde es ein schönes Profil mit diesem langen Anstieg, der dann doch zwei Zwischenabfahrten hat. Ich glaube, das ist sowohl was für die Marathon-Experten als auch für uns Cross-Country-Fahrer ein schöner Kompromiss und ich denke auch für jeden Amateurfahrer eine willkommene Abwechslung.